Noch ein paar Stunden, endlich mal Feierabend. Ah, es war schon fast ein ruhiger Tag. Am ganzen Tag nichts los, echt. So schlimm. Wo bleiben denn noch die Kunden? Ah, endlich! Da kommt doch jemand rein! Hallo! Hallo! Wie kann ich dir helfen? Ich suche ein neues Leckbett. Ich möchte einfach mal was Neues ausprobieren. Weißt du vielleicht ein bisschen genauer? Eher Frucht oder so kurig? Irgendwas, was ich da nicht anhalten kann? Nee, ich hab absolut gar keine Ahnung. Also ich würde einfach mal gerne ein paar Sachen durchprobieren. Von kurig bis wirklich fruchtig. Okay, da gebe ich dir ein paar Liquids, die bei uns beliebt sind. Kannst du auch gerne durchprobieren, die testen und schauen wir mal, was du für dich findest. Ja, das klingt gut. Würde ich echt gerne machen. Ist nicht so meins. Bring mir doch was anderes. Viel zu kalt. Viel zu viel Banane. Nee, also mit Colada hab ich's gar nicht. Kannst du mir was anderes geben? Bring mir doch was anderes. Ist nicht so meins. Viel zu süß. Zu unauthentisch. Was ist denn das für ein soames Logo? Mag ich nicht. Bring mir bitte Neues. Ich mag die Farbe Schwarz nicht. Viel zu groß die Flasche. Taucht mir auch nicht. Zu sauer. Zu künstlich. Zu erbärig. Bring mir doch was anderes. Nee. Da ist mir die Erbe wirklich viel zu penetrant im Vordergrund. Das Lick, das stinkt extrem. Was ist denn das? Passt mal auf. Guck mal. Das stinkt extrem, ne? Der Liquidname gefällt mir überhaupt nicht. Ist nicht so meins. Bring mir bitte noch irgendwas anderes. Weißt du was? Also für dich hab ich was ganz ganz Besonderes. Warte mal. Ich glaub das ist genau was du brauchst. Es ist nicht zu cremig, nicht zu süß, nicht zu sauer. Keine Banane, keine Erdbeere, keine Colada. Kommt nicht aus Malaysia, kommt nicht aus Tschechien. In Deutschland produziert, vegan. Also ich glaub das Richtige für dich, oder? Nee, ich weiß nicht. Ist mir alles so viel zu kompliziert und das schmeckt eigentlich auch gar nicht wirklich. Weißt du was? Gib mir einen Pinkman. Also Pinkman. Ja. Alles klar. Dickman, ja. Wieso nicht, bisschen. Gutes Nickman, ja. Dickman. Dankeschön. Also Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Also irgendwie. Es war schon richtig kleine Lickwitz dabei. Aber es war schon richtig kleine Lickwitz dabei. Ich bleib lieber bei meinem Pinkman. Ich bleib lieber bei meinem Pinkman. Boah, ich muss so pickeln. Hm. Der könnte ich nächstes Mal was echt Gutes anbieten. Ein richtig gutes Pinkman. Ein richtig gutes Pinkman. Ein dickes Merci geht raus an Steam Soul. The place to be in Garmisch. Das wir in seiner Location drehen durften. Also wenn ihr meinen Garmisch zahlt, auf jeden Fall seinen Laden abchecken. Und natürlich auch ein dickes Danke an Alzu von Panda Klaus. Für die zahnkräftige Unterstützung in den Videos. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert. Wie habt ihr das Video gefunden? Habt ihr andere Ideen, was wir noch machen können? Vielleicht treffen wir uns ja nochmal. Das wäre natürlich toll. Und machen wir noch ein paar abgespacede Videos für euch. Und in diesem Sinne, Leute, es hat uns gefreut. Und dann, habe die Ehre. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.